Ich habe eine Kniegelenksarthrose. Welche Möglichkeiten gibt es, dass ich mein Kniegelenk erhalten kann? Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass wir zunächst eine Ursachenanalyse machen, was in Ihrem Fall zur Arthrose des Kniegelenks geführt hat. Die Ursachen können sehr mannigfaltig sein. Wir wissen heute den Zusammenhang zwischen Übergewicht und Arthrose. Gesichert ist auch der Zusammenhang zwischen Fehlbelastungen im Kniegelenk, wie Sie beispielsweise bei einem extremen X-Bein oder bei einem extremen O-Bein auftreten können. Hierdurch werden gewisse Anteile im Kniegelenk unverhältnismäßig überbelastet, was die Arthroseentstehung in diesen Bereichen begünstigt. Eine Gewichtsreduktion, insofern sie möglich ist, wirkt sich in diesem Zusammenhang immer schützend für Ihr Kniegelenk aus. Auch sollten die Fehlstellungen korrigiert werden, solange noch genügend Knorpelbelag im Gelenk vorhanden ist, um diesen weiterhin zu erhalten. Wie lässt sich nun so ein O-Bein korrigieren? Dazu hat sich in den letzten Jahren eine sehr elegante Methode durchgesetzt, bei der wir unterhalb des Kniegelenks den Unterschenkelknochen durchtrennen, aufklappen und mit einer Platte wieder festmachen. Dadurch haben wir die Möglichkeit, die Achse zu verschieben, die durch das Gelenk geht. Dadurch erreichen wir andere Belastungsverhältnisse im Kniegelenk. Das heißt, die vormals stark belasteten inneren Gelenkanteile werden nun entlastet, was hier zu einer deutlichen Schonung des Knorpels führt. Hierdurch kann das Fortschreiten der Arthrose oftmals um viele Jahre aufgehalten werden. Das heißt, es kann durchaus sein, dass Sie keinen künstlichen Gelenkersatz mehr brauchen. Hierdurch kann das Fortschreiten der Arthrose einst 55,000 wurden im Kniegelenk. Das ist dasycom-B gallons. Wir haben healthierer Rück survivbehind, die auf derADA- fünf Monate in der €5a Casey, Das ist das einländer, Wie Pre survivet pincht etwas.